»Es ist Sonntag, Liebes«, sagte Papa und stand auf und wollte die Tür zumachen. »Ich bin aber gebissen worden.« »Du hast geträumt«, sagte Papa. »Schlaf jetzt, es ist nichts.« »Ich weiß, wann ich träume«, schrie Mina. »Und das hier habe ich nicht geträumt.« »Du fantasierst nur«, sagte Papa. »Hör auf damit, sonst wirst du noch wie Großvater.« »Ich will werden wie Großvater«, sagte Mina sauer. »Er hätte mich gegen das Krokodil verteidigt.« »Zweifelsohne«, sagte Papa. »Er hieß Anders und war aus Dänemark, und da sagten sie »zweifelsohne«. »Aber du wächst, Moa«. Und dann ging er in sein Schlafzimmer und rollte sich im Bett zusammen und schlief bestimmt sofort ein. Moa saß aufrecht im Bett und glotzte Mina an. »Krokodil«, sagte Moa und schien hellwach zu sein. »Moa will auch ein Krokodil, das beißt.« Sie konnte wirklich nerven. »Fass dir doch an den Keks«, sagte Mina. »Immer willst du alles haben.« Mina wusste genau, dass es kein Traum gewesen war. Papa war immer verschlafen, Mama schlief, und Moa wollte bestimmt gleich spielen. Mina wollte absolut nicht spielen. Also Krise. Keiner nahm sie ernst. Und Mina dachte, wie fein es wäre, einen Beschützer zu haben, der sie rettete, wenn sie in Not war. Man musste einen Wohltäter haben, wie Großvater immer sagte. Das war einer, der immer zur Stelle war, zum Beispiel, wenn die Großen »Versuch doch zu verstehen« sagten und schlafen wollten. Oder im Fernsehen Golf guckten. »In productivity« »In Town« » »Hiß- Jurassicville«